hallo und recht herzlich willkommen zurück hier mein name ist stefan und ja ich bin gerade hier dabei mein imperium aufzubauen und versuche jetzt hier ein bisschen mein team zu vergrößern aber mit dem sprechen eigentlich ich bin dabei jetzt hier alles kommen was aber der blutachs das hat sich gut an was kann der zweihändig sehr schön atletik na dann mal gucken was der kostet und mit dem redet ja klick klick ich habe von 100 ok ok naja gut den nimmer so kann man hier wieder uns verbessern besonders bei reitieren genau schön hier gibt es sonst noch nichts was kann man dem denn anbieten ja gut der kann ja erstmal alles hier bekommen wir noch eine frau vielleicht muss er sich noch verdienen hier ist nichts so ja ich kann immer noch einen zu viel alles desertiert ok ach der logo hat es geschafft dann kommen wir noch hin naja ist nicht schlimm dann gucken wir mal hier wieder weiter hier im wald jetzt kann ich auch größeren truppen begegnen mit der hoffnung dass auch mal so eine zölzbeherde oder so so was haben wir denn hier wieder sperr alles sei so da so ahja hier sehr schön 14 leute angreifen das hört sich doch gut an äh okay dann machen wir das ja so ja das ist das ist das ist dann doch das ist es ist also es das ist das ist das ist Infectory, move! Infectory, give him hell! I'll be able to prove a little bit more. A little bit more prove, I'll be able to prove a little bit more. wieder gefangen auch weiter weg schön hallo gut hast du jetzt kann man einen namen geben wo wir das machen aber habe ich wieder eine fähigkeit dazu bekommen kauftipps dgvv pro tag für drucken von 1 auf alle ja und zwar leute da habe ich auch wieder trainiert mutag schando Ich glaube ich kann aber nur Leutsche der Rote Leutsche der Rote Und bei Sasal machen wir Kindere Fahrende Rang dauert noch eine Weile Nächster Rang bei 150 Da muss ich noch ein bisschen kämpfen So dann würde ich mal sagen Bist du gleich warten und das ist unser erster Angriff in so einem Versteck Das bringt mir ja auch ansehen Reingehend Da freue ich mich schon drauf Angreifen Zehn Leute Werden nämlich Jetzt haben alle Ich bin Leute Sieh mal Wir haben Oh, no. Höhen getroffen So kommt er schon mal mit So Kommt er folgt mir mal So 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 Ah, das stimmt. so jetzt kommt der zweikampf hier ein stein banner das bringt jetzt auf diese ausrüstung und jetzt hat er aber nur noch und er kann zwar nicht aufwerten okay was macht der banner war noch verringert erlitten schaden durch darkampf angriffe da hat es dann noch mal weichern ist wichtig so bis zur nächsten Nacht warten kann ich gesund werden angreifen ich aufpassen jetzt hier 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 die schaden war hier 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 haben wir die oberhand hier 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 nämlich anderen an den nehmen zu uns habe ich hier noch was hat noch warten die brauche ich ja jetzt hier die und dann nämlich ok wieder eine interessante folge und bis zum nächsten mal euer stefan